Und damit herzlich willkommen hier im Nichts in Dragon Age Origins. Wir stehen hier immer noch wie gestern vor Heldenmund. Uns begleitet irgendwo eine Maus. Guck mal da unten, die Maus. Ich würde mal sagen, wir sprechen jetzt einfach mal diesen Wertenherren an. Hören uns an, was er uns zu verlogen hat. Hello. Haben sie also wieder einen Sterblichen ins Feuer geworfen. Eure Magier haben sich eine feige Prüfung ausgedacht. Ihr solltet lieber mit euren Fähigkeiten gegeneinander antreten, statt euch unbewaffnet einem Dämon zu stellen. Interessant, ist er jetzt der Dämon oder... Also, ja, er müsste ja einer der Dämonen sein, aber wir sollen uns doch, glaube ich, nur einem stellen. Aber seien wir doch einfach mal ehrlich. Wir haben es ja in der ersten Folge gesehen, eine Wahl hatten wir nicht. Stimmt, aber ich hatte gar keine Wahl, werter Herr. Richtig. Die Wahl hatten die Magier, die euch geschickt haben. Damit tragen sie auch die Schuld. Sehe ich aus. Da ihr noch hier seid, habt ihr euren Jäger noch nicht besiegt. Ich wünsche euch eine glorreiche Schlacht. Okay, also erstes nicht. Genau, wir sehen ja hier hinten die ganzen Waffen. Habt ihr all diese Waffen geschaffen? Sie gewinnen durch meinen Willen Gestalt. Ich weiß, dass in eurer Welt nur Magier Dinge durch Willenskraft erschaffen kann. Das Leben der Sterblichen, die das nicht können, muss hohl und leer sein. So kann man es auch ausdrücken. So. Was seid ihr denn überhaupt für ein Geist? Ich bin Heldenmuth, ein Kriegergeist. Ich verbessere meine Waffen auf der Suche nach der perfekten Ausdrucksform des Kampfes. Okay, und fliegen die da oder was machen die da? Naja. Und bringen die denn was? Ganz ohne Zweifel. In dieser Welt ist alles, was existiert, nur Verstofflichung eines Gedankens. Sind diese Klingen für euch aus Stahl? Diese Stäbe aus Holz? Glaubt ihr damit, Wunden schlagen zu können? Eine Waffe ist nichts als der Wunsch nach Kampf. Und mein Wille macht daraus Realität. Wollt ihr wirklich eine meiner Waffen haben? Ich gebe euch eine. Wenn ihr vorher im Duell gegen mich antretet. Heldenmuth wird prüfen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch dem Duell zustimmen. Ablehnen. Wir hören uns erstmal die... Ich weiß nicht, oder fragen wir... Versuchen wir es mit Willenskraft zu lösen. Ich versuche es einfach mal. Welch Anschuldigung! Ich bin kein Dämon, der hilflosen Sterblichen wegen ihrer Essenz nachstellt. Ich stehe für Ehre und Heldenmut. Ich bin ein Krieger! Ah, wir versuchen ihn also jetzt ein wenig zu umgehen, den Kampf. Aber sticheln wir doch einfach ein wenig nach. Ihr seid unverschämt, aber ohne Frage sehr willensstark. Also gut. Ihr habt bewiesen, dass ihr stark genug seid, dem Dämon zu widerstehen. Der Stab ist euer. Geht und beweist euch wie vorgeschrieben. Ihr werdet bestimmt erfolgreich sein. Das ist doch schon mal nice. Daran sehen wir jetzt also, dass wir auch ohne Kämpfen Situationen bewältigen können. Wir holen uns doch mal, was haben wir denn? Heldenstab. Zweihändig. Schaden vier. Rüstungsdurchdring 20. Wir rüsten den einfach mal aus. Haben wir so einen Knorkenstab. Achso, das gehört so. Gut. Den haben wir dann noch schon mal ein bisschen ausgetrickst. Beziehungsweise den Kampf umgangen wird gespeichert. Mhm. Also da runterfallen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ich weiß auch nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ach, echt? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Stopp! Ich wusste, wir können nicht verlieren. Oh, nein. Oh, oh, oh. Dämon der Trägheit. Ist das unser Dämon? Also fühle ich mich auch manchmal einfach nur nichts an. Ihr seid also der Sterbliche, der gejagt wird. Und der Kleine da? Ist das ein Appetithappen für mich? Nein! Heute gibt es keine Häppchen. Schade. Auch recht. Der Dämon wird euch irgendwann erwischen. Und vielleicht bleiben ja ein paar Reste übrig. Ich weiß, dass ihr versagen werdet. Und dann wird er euch vergessen. Hin fort. Ihr habt sicher Besseres zu tun, als die Trägheit zu belästigen Sterblicher. Ich bin eurer bereits überdrüssig. Na, toll. Das hört sich ja schon mal wunderschön an. Ihr habt da einen hübschen Stab. Wozu braucht ihr mich? Benutzt die Waffe, die ihr euch verdient habt. Beweist Kühnheit. Ich glaube, das kriegen wir hin, aber wenn du... Er scheint mächtig zu sein. Er könnte euch vielleicht beibringen, so wie er zu werden. Das wäre doch was. Einem Sterblichen beibringen, diese Form anzunehmen? Wozu? Die meisten Sterblichen hängen zu sehr an ihrer eigenen Form, um das zu lernen. Aber ihr, Kleider, wärt sicher ein besserer Schüler. Ihr habt euch schon vor Jahren von der Menschenform gelöst. Aber warum? Bären sind groß und leicht zu sehen. Und ich könnte mich nur schlecht verstecken. Das heißt, theoretisch könnten wir dem das jetzt irgendwie beibringen lassen. Aber ich trau diesem Typen nicht. Ja, verstecken ist hier dann keine Illusion, Herr Maus. Wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Ihr... Ihr habt recht. Sag ich doch. Irgendwie dauert das ganz schön. Der Dämon verzehrt mich immer noch. Und ich verliere mich, Stück für Stück. Es gibt für mich keinen Weg hinaus. Verstecken verzögert das alles nur. Ich muss... Ich muss mich dem Dämon stellen. Ich möchte lernen, ein Bär zu sein. Trägheit. Wie schön. Aber Unterricht ist so anstrengend. Oh nein. Los. Geht jetzt. Aber ihr sagtet... Nichts. Er will es lernen. Die Maus. Ihr wollt meine Form erlernen, Kleiner. Dann habe ich eine Aufgabe für euren Freund. Wenn er drei Rätsel löst, dann bringe ich es euch rein. Oh, jetzt haben wir Rätselteile. Nicht fresse ich euch beide. Eure Entscheidungen. Ja, komm. Wir versuchen uns einfach mal zusammen. Entweder fähig ich jetzt... Das verspricht ja immer besser zu werden. Oder ich schaffe es. Hier mein erstes Rätsel. Ich habe Meere ohne Wasser. Küsten ohne Sand. Städte ohne Menschen. Berge ohne Land. Was bin ich? Ich habe Meere ohne Wasser. Das könnte ein Sandmeer sein. Städte ohne Menschen. Ja, weil Tod. Nein, hier. Eine Landkarte. Es ist ja alles nur gezeichnet. Jawohl. Richtig. Machen wir weiter. Okay, die nächste. Das zweite Rätsel. Ich werde selten berührt, aber oft gehalten. Wer klug ist, benutzt mich richtig. Was bin ich? Okay, ich werde selten berührt, aber oft gehalten. Ah, hier. Eine Rede würde ich sagen. Wer klug ist, benutzt mich richtig. Das wären ja die Politiker. Auch wenn sie nicht wirklich klug sind. Ja, genau. Eine kluge Rede. Eine kluge Rede. Ganz recht. Machen wir weiter. Okay, die dritte. Oft erzähle ich eine Geschichte. Berechne nie etwas dafür. Unterhalte dich eine ganze Nacht und werde dennoch meist vergessen. Das könnte ein Traum sein. Oh, gucke mal hier. Ein Nervtür in der Rätselstelle. Ja, das bist du. Musik, nein. Also ich gehe von einem Traum aus. Hm, das ist richtig. Ziemlich passend hier im Nichts, oder? Aber ihr habt meine Rätsel gelöst und für unterhaltsame Ablenkung gesorgt. Darum bringe ich euch meine Form bei. Hört genau zu. Oh, interessantes Gefühl. Es prickelt überall. Ich glaube, das gefällt mir. Hm. Ähnlich genug. Geht jetzt und besiegt euren Dämon. Oder was immer ihr sonst vorhabt. Euer sterblichen Geschwätz ermüdet mich zunehmend. Es prickelt so sehr in meinen Bauch, Nabel. Okay, den haben wir. Und wir haben einen Bär. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, dass er jetzt ein Bär ist. Schaden durch Verbindung. Mhm. Okay. Gucken wir, wie die wieder kontrollieren ein. Ach, jetzt haben wir ihn hier auch endlich mal. Taktikmenü einstellen. Ach du Scheiße. Kann ich? Okay, so kann ich switchen. Das ist das Taktikmenü. Ich bin ein Vernichter. Ja, das klingt doch schon mal gut. Maus. Ziele mit einer bis großen Empfernung angreifen. Gegner näh' ich, dass ich... Ach so. Okay. Verhalten. Ja, wir lassen das jetzt mal. Wir beschäftigen uns das später mal mit genauer. Hm. Wenn wir eine richtige Gruppe haben. Wir können nicht verlieren. Ja, das sieht auch so. Die Dialoge ist eigentlich ganz wichtig. Ich trete die jetzt immer ein wenig runter. Und die SFX auch ein wenig. Weiterspielen. Okay, die haben wir geschafft. Kann ich, ähm, ihn heilen? Oh, wunderbar. So, Zauberfäße. Okay, und jetzt auf ihn. Selbstverständlich. Ja. Sehr schön. Das klappt also ganz gut. Muss gleich nochmal gucken, ob ich mich... Müsste mich auch selber heilen können. Ja. Taktiken. Wie gesagt, da beschäftigen wir uns später mit. Also, da soll der Dämon erscheinen. Das haben wir ja vorhin erfahren. Hm. Viel mehr können wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht... ...suchen. Ähm. Ja. Dort ist der Geist des Zorns. Ach, du Scheiße. Hm. Lava-Wabbel. Wabbeldi-Wabbel. Warte, wie war das nochmal? Ich muss nochmal kurz was nachgucken. Steuerung. War das F5? F5 war Schnellspeicher. Hm. Okay. Mr. Wabbel-Wabbel. Ich würde gern hier so ein... Mr. Wabbel-Wabbel. Hm. Kriege ich hier so ein schöner Thumbnail hin? Aber bitte ohne Bär. Mr. Wabbel-Wabbel. Druck. Und ein Screenshot ist erstellt. Reden wir doch mal mit Mr. Daniel. Endlich ist es soweit. Schon bald werde ich die Welt der Lebenden durch deine Augen sehen, Kreatur. Du wirst mein sein mit Körper und Seele. Hm. Guck mal, das verraten wir dem schon mal gar nicht. Wir werden zwar nicht verlieren. Ich gehe da jetzt einfach mal von aus, aber... Nee, sowas verraten wir ihm nicht. Weil wenn er es schafft, dann ist er gleich weg. Hm. Ich möchte da jetzt auch nicht drum herum labern. Denn den müssen wir ja platt machen, um Magier zu werden. Also fangen wir einfach mal an. Und dann komm und hol mich doch. Oh, das werde ich. Diese Kreatur ist also dein Angebot, Maus. Ein weiteres Spiel soll... Das gibt es nicht. ...die zur Vereinbarung vorsieht. Hm. Ich biete dir gar nichts an. Ich muss dir nicht mehr helfen. Oh. Und das nach all diesen wundervollen Mahlzeiten, die wir geteilt haben... ...hat die Maus plötzlich die Regeln geändert. Ich bin jetzt keine Maus mehr. Und bald muss ich mich auch nicht mehr verstecken. Ich muss keinen Handel mit dir eingehen. Wir werden sehen. So. Jetzt geht der Kampf und ich gehe erstmal ein bisschen nach hinten. Ich versuche erstmal, die hier platt zu machen. Ich muss hier... Okay. Drei auf ihn. Das sehe ich auch so. Kann ich ihn wieder heilen? Ich gehe nämlich jetzt ein bisschen auf Heilung. Ich mache erstmal die Irrlichte hier weg. Damit er ein bisschen Ruhe hat. Heilen. Ja, die kriegen wir auch ein bisschen... Ach, jetzt gehen wir nämlich mit ihm auf den Dämon. Das war easy. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es wirklich geschafft. Wie war es anders zu erwarten? Als ihr angekommen seid, hatte ich gehofft, dass es euch vielleicht gelingen würde. Aber ich habe nie wirklich daran geglaubt, dass einer von euch würdig wäre. Ah, ach ja. Das ist alles ein bisschen zu einfach. Ich sehe das nämlich auch so, wie unser Wertherherr hochwohl geboren. Diejenigen folgen mir, die ihr Hintergang habt. Wie waren ihre Namen? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Was? Sie waren nicht so vielversprechend wie ihr. Ich traue dem Alten hier nicht. Und es ist lange her. Ich... Ich kann mich nicht an ihren Namen erinnern. Ich erinnere mich ja nicht mal an meinen eigenen Namen. Das hier ist das Nichts. Und die Templer haben mich getötet, so wie sie es bei euch versucht haben. Was erhofft ihr euch dann von mir? Ihr habt einen Dämon besiegt und eure Prüfung bestanden. Im Laufe der Zeit werdet ihr ein Meisterverzauberer werden, der seinesgleichen sucht. Und vielleicht liegt darin auch Hoffnung für jemanden, der so klein und vergessen ist wie ich. Falls ihr mir helfen wollt. Es könnte einen Weg für mich geben, von hier zu entkommen und draußen Fuß zu fassen. Ihr müsst mich einfach nur hineinlassen wollen. Ich glaube das nämlich auch, dass der andere gar nicht unsere Prüfung war. Der war viel zu easy. Die Nichts-Untertemplein leben. Wir holen euch hier raus. Nee, nee. Ich glaube, dass der Typ meine Prüfung ist. Was? Was wollt ihr? Aber natürlich war er das. Was gibt es hier sonst noch, dass einem Schüler mit eurem Potenzial etwas anhaben könnte? Oder ihr. Ihr seid ziemlich schlau. Ich hab's gewusst. Einfaches Tun ist eine Aufgabe für einen Krieger. Die wahren Gefahren des Nichts sind Vorurteile. Leichtfertiges Vertrauen. Stolz. Bleib wachsam, Magier. Wirkliche Prüfungen enden niemals. Ach, das war's? Oh Gott. Ich dachte gerade, ich muss hier gegen Mr. was auch immer das war antreten. Aber es scheint so, als hätten wir es geschafft. Wir sind dem Nichts entkommen. Wir haben unsere Prüfung geschafft. Das heißt, wir müssten jetzt Magier werden. Das finde ich doch schon mal sehr schicke. Ach, gucke mal hier. Die Lichtstrahlen. Seid ihr in Ordnung? Bitte, sag doch etwas. Hm. Ich glaub, das lassen wir mal. Ich will erst mal wissen, wo ich jetzt hier bin. Ihr seid im Schlafsaal. Tief durchatmen. Ihr seid in Sicherheit. Oh, die ist doch schön. Das... Ich bin froh, dass es euch gut geht. Sie haben euch heute Morgen hier reingetragen. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ihr die ganze Nacht fort wart. Ich habe von Schülern gehört, die von der Läuterung nicht zurückgekommen sind. Ist die wirklich so gefährlich? Wie war's? Hm. Wir haben ja in dem Gespräch mit dem obersten Verzauberer schon mitbekommen, dass wir das eigentlich nicht weitererzählen dürfen. Aber es war läuternd. Sagen Sie uns deshalb nicht, wie sie genau abläuft? Ich weiß, ich darf es nicht wissen, aber... Wir sind befreundet. Ein kleiner Hinweis, dann frage ich bestimmt nicht weiter. Hm. Wir kommen ein bisschen helfen. Wenn wir schon mit Joven, so heißt er, glaube ich. Das wurde uns angezeigt. Hm. Ihr müsst... Wirklich? Ja. Sonst nichts? Ja, wir ziehen ihn mit Erfamacken. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Sie wollen herausfinden, ob man einem Dämon widerstehen und verhindern kann, eine Abscheulichkeit zu werden. Ganz richtig. Und jetzt zieht ihr in die schönen Magierquartiere im oberen Stockwerk, während ich hier festsitze und nicht weiß, wann meine Läuterung sein wird. Jetzt seid doch nicht so deprimiert. Es wird bald sein. Ich bin schon länger hier als ihr. Manchmal glaube ich, sie wollen mich gar nicht prüfen. Also ich glaube, das würde ihn ein wenig runterziehen. Wir müssen uns halt auch überlegen, was wir sagen, weil alles andere, also jede Antwort hat natürlich eine andere, ja, andere Auswirkung, sag ich mal. Wir nehmen einfach das. Für die Besänftigten gibt es keine Läuterung. Man macht die Läuterung oder das Ritual der Besänftigung. Oder man stirbt. So sieht's aus. Das sind nicht hochsiege Aussichten. Na, Nervtöten. Ach, hier. Das ist immer ein bisschen freundlich, auch wenn wir natürlich ein wenig hochwohl geboren. Ich mag dieses Wort irgendwie. Ähm. Na, komm. Vielleicht nicht, aber das Ritual der Besänftigung ist genauso schlimm, wenn nicht schlimmer. Ihr habt doch schon Besänftigte im Turm gesehen. So wie Oveyn, der den Lagerraum verwaltet. Er wirkt so kalt. Nein, nicht mal kalt. In ihm ist einfach... Gar nichts. Wie ein Toter, der herumläuft. Seine Stimme und sein Blick sind ohne Leben. Wir achten mal drauf, wenn wir das Gespräch dann nächste Begegnung. Wir begegnen ihn dann gleich irgendwann mal. Er ist jetzt ein Besänftigter. Ich weiß nicht, wie das genau geht, aber man wird irgendwie vom Nichts getrennt. Deine magischen Fähigkeiten werden entzogen. Zusammen mit deinen Träumen. Und den Gefühlen. Ja, sehen wir hier, ne? Ja, aber der Zirkel zwingt die Besänftigung auch allen auf, die er für schwach hängt. Was ist denn jetzt los? Hallo? Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem hier. Ich sollte so vor zu ihm gehen. Ja, irgendwie habe ich gerade Captain Game Sound. Das schneide ich dann jetzt gleich raus, weil wir sind jetzt eh am Ende unserer Folge angekommen. Wir gucken uns später hier noch weiter um. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020